Das war der falsche Knopf. Das muss so sein. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. So. Boards. Eins. Zwei. Drei. Vier. Open the chest. Let open the door. Das nehmen wir jetzt alles mal mit. Und wir können uns... Ach, wir müssen zwei davon machen. Wir können uns die Archemie Station machen. Hu 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 hu. Danke für die leckeren... Seeds. So. So. Du kannst jetzt ruhig regnen. Oh, hier komm. Golden Axt. Wo haben wir sie? Hier. Wisst du wieviel Bäume man damit fehlen kann? Warte gehts. Goldene Spitzhacke. So. Jetzt werde ich aber erstmal das normale Zeug damit aufbrauchen. Und auch einen Haufen Bäume fällen. Also damit erstmal das Stein Zeug weg ist. Oder das Flint Zeug eben halt. So. Und jetzt zeige ich euch mal... Habt ihr grad gesehen? Das war immer pro... Für einen Schlag war es weg. Und jetzt... Zwei. Drei. Vier. Ein. Ich glaub alle fünf Schläge... Geht ein Prozent weg. Ihr könnt euch ja ausmalen wie lange das Ding hält. Und es ist verbraucht glaub ich... Wie viel Gold braucht das? Wie viel? Zwei Gold. Ne. Ja. Doch. Zwei Gold. Mehr. Nicht. Ich find das so... Awesome. So. Und... Natürlich geht's gleich mal weiter mit dem nächsten Baum. Mir kann's kurz mal am Handy gucken, weil da irgendjemand was geschrieben hat. Na hopp. Danke. Ja. Der Froschi hat mir grad geschrieben. Dass er... Morgen wahrscheinlich nicht ankommen kann. Morgen ist Samstag. Stimmt. Ist heute Freitag. Ja. Heute ist Freitag. Ja. Oh. Ja. Wir wollten morgen entweder FTB aufnehmen. Aber das geht dann wahrscheinlich nicht, weil der dann ja nicht da ist. Oh nee. Das darf nicht Sinn. Wir hätten jetzt normalerweise schon eh... äh... 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 die ganze Axt eben halt verbraucht und... jetzt haben wir eben halt bloß... 86... Nein. Okay. Nicht 68 Prozent. Äh... 14 Prozent. 24... Ne. 14. Ja. 14 Prozent verbraucht. Und haben... schon wieder... mehr als genug Holz. Ja. Und jetzt muss ich jetzt noch aus... äh... noch eine Schaufel draus machen. Aber dazu später. Jetzt will ich erstmal jetzt noch die andere Spitzhacke kaputt machen. Dann wird das nämlich nicht alles mein Inventar verstopft halt. Und das nämlich, glaube ich, noch so weiter geht. Dann... Äh... sagt schon. Dann weiß ich grad nicht, wo ich eigentlich hinlaufe. Was will ich denn hier... Was will ich denn da oben? Ich muss runter. Ganz weit runter. Wenn ich die Spitzhacke verbrauchen will. Und da unten die ganzen Steine kaputt kloppen. Damit ich sogar noch mal Gold rauskriege. Was haben wir hier? Oh, da ist schon wieder blaue Maschwum. Noch ein blauer. Drei blaue Maschwums. Das sag ich nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob ihr den Sound im Hintergrund hört. Wenn der tut's mir wirklich leid. Ich hab keinen Platz im Inventar. Die Blume ist ja blöd. Och, Karten. Dafür opfe ich auch gerne mal das Zeug hier. Pick up Metal Potato Things. Krass nehmen wir auch natürlich noch mit. Ich weiß noch nicht, weil die vor mir angelegt hat. Ist mir eigentlich aber auch egal. Ich nehm jetzt hier grad erstmal alles mit. Ach shit. Das kann ich nicht mitnehmen. So. Und das auch noch. Danke. Schaufel ist jetzt auch endlich kaputt. Nehmen wir noch die Spitzhacke in der Hand. Ich müsste eigentlich langsam mal zurück. Aber. Hier draußen. Diese einzelnen Steine. Die kann ich noch zerteppern. Dann würde ich mal sagen. Gehen wir mal wieder zurück. Ist ja nicht allzu weit. Es geht. Auf jeden Fall reicht das noch aus. Bis. Äh. Bis die Zeit wieder zurück ist. Bis wieder Tag wird. Dann werden wir mal noch gucken. Was wir noch alles machen können. Und mein Gehirn bleibt immer noch über 180 Prozent. Yay. Hallo. Werkstatt. Ja. So rum war das. So. Was können wir denn noch schönes. Basteln. Wir könnten uns noch eine Goldschaufel machen. Warum nicht. Warum eigentlich nicht. Das Inventarkettenbruch aber auch mal weiter lernen. Komm hier. Zwangscholz. Rinder mit. Die nehmen wir noch für die Nacht. Das Erne. Gold packen wir hier auch noch hin. Äh. Steine. Flints. Brauchen wir ja erstmal alles nicht. Wir haben jetzt alles aus Gold. Gras packen wir hier auch noch mit rein. Na. Dann würde ich mal sagen. Kuchen wir hier immer noch ein paar. Kastanien. Kuchen. Damit wir die essen können. Aber eben nicht alle. Hier haben wir noch oft. Die kann man dann nachher noch. Außen rum pflanzen. Weil wir haben jetzt noch ein paar Karotten. Zum Notfall. Das heißt im Notfall. Die Karotten erstmal jetzt. Kastanien sind für einen Notfall. Ne. Hallo. Warum willst du die jetzt nicht mehr essen. Mädel. Irgendwie habe ich gerade ein ganz ungutes Gefühl. Okay. Ich weiß gerade nicht was los war. Aber die wollte permanent das Zeug nicht mehr essen. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. ganz gut. Da haben wir aber da jeden. Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ja. Jetzt ist er auch kaputt. Zack. Natürlich wird er so viel Gold mitnehmen. Wie wir auch können. Jetzt müssen wir mal selber gucken. Was kann man hier noch alles machen. Thermal. Hatten wir schon mal. Rhinometer. Hatten wir auch schon mal. Lightning. What? Hatten wir auch schon. Das ist alles. Hm. Das ist jetzt alles was man jetzt so machen kann. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr machen. Ähm. Und das wird man auch gleich mal nachgucken. Ja. Ich weiß. Ich mache gerade. Ich. 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 Let's play ja gerade. Und ich bin total unprofessionell. Und bla bla bla. Komm. das. Holz haben auch erstmal noch ein bisschen mehr als genug mit. Komm hier. So. Und ich glaube auch die goldene Spitze ist ein bisschen stärker als die andere. Auf jeden Fall geht der Stein hier relativ schnell kaputt. Oder es kommt mir einfach nur so vor. weil ich gerade mal kurz eine SMS geschrieben habe. Äh. Aber wir sind hier schon bei Tag 6. Sonst geht es fantastisch. Sonst geht es fantastisch. Ich wundert es schon regelrecht. Ich meine wir haben noch keine Ausrüstung. was in Sachen von Hut oder so weiter ist. Sonst geht es hier komplett fantastisch. Natürlich nehmen wir noch die ganze Stöcker mit. Weil wir ein bisschen Stöckermangel haben in letzter Zeit. Und auch nicht mehr allzu viel essen. Aber eben ein bisschen was. Mal gucken ob das immer noch geht. Mal gucken ob das immer noch geht. Red Gem. Keine Ahnung was es sein soll. Was hast du Schönes? Ein Tentakel. Okay. Ein Gebiss. Cool. Komm hier ist die Siez. Das Gold nimmst du auch noch mit. Ich weiß. Grabschänden ist jetzt nicht das Schöne was ich jetzt hier mache. Ich glaube sogar. Blue Gem. Blauer Edelstein. Nehmen wir jetzt alles mal mit. Man weiß nicht für was man es noch brauchen kann. Oh shit. Ich habe es verstanden. Lass mir Ruhe. Na mir bitte einfach nur in Ruhe. Ja Geist. Bitte. 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 Ich wollte dein Grab nicht stören. Ich habe gerade einen roten und einen blauen Stein. Wenn ich jetzt richtig nachgedenkt. Äh richtig gesehen habe. Hm. Vielleicht kann man daraus irgendwas machen. Das wäre geil. Das wäre geil. Was soll das sein? Eine Maus? Okay. Jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Mein Zeug ist da oben. Okay. Ich weiß jetzt nicht warum ich die Maus mitgenommen habe. Aber ich habe gerade die Maus zum Spielen mitgenommen von der Katze. Ich bin gerade schon wieder falsch gelaufen. Ach man. Da. Ich habe auch die Sichtwurter zweimal oder dreimal oder viermal gedreht. Pack es einfach hin. Genau. Äh. Das Feuer ist erloschen. Das macht nichts. Dann werden wir einfach nochmal neugierig nachfühlen. So. Äh. Gold wird drin gepackt. Steine. Flints. Ah. Gut. Dann packen wir alles mal hier rüben hin. Würde ich mal sagen. Der Tentakel. Keine Ahnung für was das sein soll. Die Blume will ich noch mitnehmen. Ich weiß nicht ob die einen beschützt oder so weiter. Und dann gucke ich mir gleich mal bei den beiden Maschinen mal an was man noch schönes machen kann. Aber vorher sollte ich nur noch was essen. Und das ich die Gräber aufgebrochen habe. Das war ein sehr. Falsches Ding. Weil ihr Gehirn fing da wirklich an schon da an. Witter. Ha. Naja. Egal. So. Was können wir denn schönes jetzt hier dran machen. Was haben wir denn hier schönes. Diving Woods. Thermometer. Wie krieg ich denn das hin. Das hab ich ja alles. Die Wiening. Die Wiening. Die Wiening. What. Keine Ahnung. Da muss ich ein bisschen weg von hier sein. Kann ich damit fliehen oder was. Gears. Wie krieg ich Gears hin. Papyrus. Wope. Ich würde sagen machen wir erstmal so ein bisschen Kleinkram. Damit kriegt man das Wope. Damit kriegt man Papyrus. Nein. 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 Genau hier. Wope. Zack. Papyrus. Zack. Ja und. Nee. Jetzt haben wir hier überhaupt noch schönes. Irgendwelche. Oh mein Gott. Ein Mann Band. Ein Mann Band. Ein Mann Band. Hm. Aber Leute. Ich würde mir damit sagen. Damit höre ich jetzt erstmal auf. Jetzt erstmal so mitspielen. Äh. Man kann. Es hat ja gerade gespeichert. Und. Da. Ja. Ich sage Quaid. Es hat ja gerade gespeichert. Und dann. Okay. Bei mir hat es gerade irgendwie gehangen. Auf jeden Fall werden wir dann in der neuen Offename Session. Äh. Ist dann hinbekommen, dass wir versuchen noch mehr rauszukriegen. Das ist jetzt mal ein richtig schön weiter Versuch. Und vielleicht gucken wir ja mit der kleinen Wendy. Äh. Hier ist die Wendy. Ja. Wendy. Können wir vielleicht mit der neuen Wendy. Äh. Mit dem Charakter Wendy ja mehr hin als mit dem restlichen. Also bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.